Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 1418. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich habe eine Idee. Damit können wir unseren Umsatz steigern und gleichzeitig die Kosten senken. Ich habe eine Idee. Damit können wir unseren Umsatz steigern und gleichzeitig die Kosten senken. Ich habe eine Idee. Damit können wir unseren Umsatz steigern und gleichzeitig die Kosten senken. Der Eingang zum Museum befindet sich links um die Ecke. Der Eintritt kostet 5 Euro. Der Eingang zum Museum befindet sich links um die Ecke. Der Eintritt kostet 5 Euro. Der Eingang zum Museum befindet sich links um die Ecke. Der Eintritt kostet 5 Euro. Wer installiert mir eine Alarmanlage in meinem Haus? Wer installiert mir eine Alarmanlage in meinem Haus? Ich brauche viele Bücher zum Lernen. Das Geld dafür spare ich in einem alten Marmeladenglas. Ich brauche viele Bücher zum Lernen. Das Geld dafür spare ich in einem alten Marmeladenglas. Wir haben uns ausgesprochen. Wir bleiben zusammen. Die Probleme sind endgültig gelöst. Wir haben uns ausgesprochen. Wir bleiben zusammen. Die Probleme sind endgültig gelöst. Mit meiner Freundin Christina verstehe ich mich gut. Wir wohnen zusammen in Düsseldorf. Mit meiner Freundin Christina verstehe ich mich gut. Wir wohnen zusammen in Düsseldorf. Auch mir macht der Unterricht jetzt wieder Spaß. Früher mochte ich Geografie überhaupt nicht. Auch mir macht der Unterricht jetzt wieder Spaß. Früher mochte ich Geografie überhaupt nicht. In den Ferien schaue ich mir Filme auf meinem Laptop an. In den Ferien schaue ich mir Filme auf meinem Laptop an. Die Katze hält ein Sieb mit Zucker in ihren Pfoten. Die Katze hält ein Sieb mit Zucker in ihren Pfoten. Die Toilette ist bis zur Decke blau gefließt. Du kannst nicht aus dem Fenster schauen. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Dieser Ausverkauf wird dir gefallen. Alles ist im Preis reduziert. Dieser Ausverkauf wird dir gefallen. Alles ist im Preis reduziert. Ich gehe gelassen und zuversichtlich durch jeden Tag. Ich gehe gelassen und zuversichtlich durch jeden Tag. Diese rote Halskette passt perfekt zu meinen anderen Kleidungsstücken. Diese rote Halskette passt perfekt zu meinen anderen Kleidungsstücken. Wir schicken unseren Freunden ein Foto, damit sie wirklich glauben, dass wir hier waren. Wir schicken unseren Freunden ein Foto, damit sie wirklich glauben, dass wir hier waren. Irgendwann taucht auch für mich der richtige Mann auf. Irgendwann taucht auch für mich der richtige Mann auf. Irgendwann taucht auch für mich der richtige Mann auf. Bisher habe ich ihn leider noch nicht gefunden. Hula hoop ist wieder in Mode. Man sieht immer mehr Menschen damit. Hula hoop ist wieder in Mode. Man sieht immer mehr Menschen damit. Die Weizenernte ist schlechter als im letzten Jahr. Es hat nicht genug geregnet. Nur noch dieses Bäumchen, dann haben wir alle Pflanzen in der Erde. Nur noch dieses Bäumchen, dann haben wir alle Pflanzen in der Erde. Das Riesenrad ist ein Fahrgeschäft. Von oben haben die Passagiere immer eine gute Sicht. Das Riesenrad ist ein Fahrgeschäft. Von oben haben die Passagiere immer eine gute Sicht. Als Kind war Mathematik mein Lieblingsfach in der Schule. Heute unterrichte ich an der Universität. Als Kind war Mathematik mein Lieblingsfach in der Schule. Heute unterrichte ich an der Universität. Ja, ich habe Rolf tatsächlich gestern getroffen. Ich muss dir unbedingt alles im Detail erzählen. Ja, ich habe Rolf tatsächlich gestern getroffen. Ich muss dir unbedingt alles im Detail erzählen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like. Ja, ich darf nicht. Ich glaube, das ist dein Lieblingsfach in der Schule. Diener, wir schauen uns mal an. Daher geht euch an.